Ja, das war jetzt ein kurzes Video von der Bahn und den Zusatzteilen, die der Amos gekriegt hat. Ich wollte mich ganz herzlich für das Geld bedanken. Das kann ich gut brauchen. Und, ja, der Amos will sich auch noch. Ah ja, und für den Bulli. Und der Amos will sich auch noch bedanken. Also, danke für die Anbausets. Die funktionieren alle super. Und danke für das Geld. Kann ich auch gebrauchen. Habe auch schon einen Teil ausgegeben. Was hast du denn gekauft? Einen, einen Nerf, die hier, habe ich hier gekauft. Ja, toll. Und super. Wir zeigen euch jetzt noch kurz die Bahn, die wir leider vorher nicht ausprobieren konnten, weil hier was nicht die Seilbahn funktionierte. Stimmt's? Jetzt hat's geklappt. Jetzt hat's...